hallo und herzlich willkommen liebe sportsfreunde auf meinem kanal die begrüße recht herzlich zur NHL 19 zum franchise mode mit den hellritern aus österreich ja ich hoffe es geht euch gut ihr seid alle gut drauf und ich hab es bis jetzt eine schöne zeit gehabt und im letzten spiel haben wir gesehen wir haben einen 5 zu 2 sieg hingelegt gegen die montreal canadiens und wir wollen das heute im heimspiel gegen die new jersey devils natürlich auch schaffen ja das erste spiel ist heute wo unser danni aus den birken im tor steht wir haben aus deutschland rüber kalt meiner meinung noch ein eishockey gott seit dass er bei olympia wo ist das meine meinung dass er eben ein eishockey gott ist ich hab's ja gesehen wir haben ein kriser angstuft ich habe das nämlich jetzt geschafft man muss ja wer an erst wir es ist macht in reserve schicken dann kommen glaube ich erst stufen und wir wissen jetzt da wie man an tobert manuell vom eis nimmt was jetzt auch um wir ihn manuell wieder rein holen und zwar mit der ell und mit dem touchpad touchpad nicht testpad touchpad drücken dann geht raus oder nur mehr drücken dann geht rein so nur so die informationen weil wir haben ja neben aktuell an sonntag auf und ich habe gestern schon von mit dem eric die apoliga den ersten spieltag vor zu produzieren jetzt konzentrieren wir unser spiel topi oder diktiv spielt zusammen auf mais auf rock wir wollen einen heimsieg vor heimischem publikum wunderschön denn ja die nummer 33 auch bei uns das ist ganz anders spielen wenn man ein spieler hat als wir hier die kai ist uns gestern auf dem eric nur mehr so was uns so aufgefallen ist also was mit ausgefunden haben habe ich gesagt wenn man den torwart wechseln das war gestern ein lustiger nachmittag mit nerik aufnehmen ja grüße gehen raus an die mein prozent das ist erst die 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 oder programmiert normal zu der apoliga raffi hofft du bist da wer dabei datum haben wir noch was wir werden davor ausgehen dass die apoliga über die sommerpause läuft also beginnt wir werden das machen dass die apoliga über die sommerpause geht deswegen produzieren wir jetzt schon vor über den sommer schön die videos haben außer es macht man dass ich 13 und strich durch die rechnung ist so alles für die fische die joseppe auf plattmann mal wieder da hier am spiel die joseppe macht das erste heimtor für die hellriders und es steht 1 zu 0 vor heimlichem publikum und es ist da nur was ausgefüllen wir wollten uns ja verewigen mit einem spiel mit unseren spielern das ist natürlich nicht gegangen also im online spiel kann sich nicht seine eigenen spieler in die lieblingsmannschaft einsetzen leider also wir hätten gerne unsere eigenen spieler dann dabei kommt bei der season aber das funktioniert nicht die trance der holzer 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 ich hätte noch versucht von von letzten drittel an tor zu machen auf der schaffte setz hat aber da heute macht es da heute macht er wollte zwar 20 dass meine gehen die zweite drittel ist er zwar in der kabine gesagt es heißt es richtig heiß da fühlt sich gut schön vorbeizogen schön vorbeizogen und zack hinter dem torwart vorbeigespült ich liebe diese projekte die saison mit bozen habe ich schon komplett Vorproduziert, also ich tue mir dafür jetzt schon entschuldigen, wenn es mit den Datumen in der EBL nicht zusammenpasst, aber ich habe halt das Datum halt hergenommen, was mir der Computer gegeben hat, aber ich habe dann da viel bei den Playoffs dann selbstständig entschieden, dass ich es dann alle zwei Tage dann machen werde, die Schmerzen. Und mit München werden die auch schauen, was ich die Woche die ganze Saison vorproduziert, weil es ist ja nächste Woche Sonntag das letzte Heimspiel der Rap Bulls, gegen Bremerhaven und dann beginnen ja schon die Playoffs und dann gehen da bei mir wieder andere Termine los. Oh, heute haben wir, oh, heute haben wir einen Rockhaus Wackelkopf drinnen, die Aktion, genau, hab's gesehen, im Shopper Heldle, bei den Hellriders hier im Stadion. Ja, 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 die Vorrunden, die Vorrunden fangen jetzt bei mir die Woche Uhr und gehen halt da nahe, die Datum mit, wo es halt sind. Ich weiß, dass die, dass die jetzt schon laufen. Aber ich hab's jetzt so eingestellt, bis wir halt wie die Datum, wie halt das Datum von der Saison her ausgeben wird. und ab 28 märz beginnen bei mir die play-offs also in meinem projekt genau vor dem bootzen das ist so die information die wir sind geben können und dann geht es ihm zwar also ein Tag Pause, ein Tag Spül, ein Tag Pause geht es dann weiter das sind so die informationen genau wo sie beim Eishockey mir aufgeschrieben haben wo sie irgendein Game Crew und einen Gruß habe ich auch noch aber dann muss ich jetzt aufs Handy schauen und das geht jetzt im Moment nicht das ist so konzentrieren dass der Danny in seinem ersten Spiel hier bei uns bei die Hellriders den Shootout schafft jetzt merkt es heute ist einmal ein bisschen andere Folge sonst kommentiere ich mit wer wo er spielt heute ist so ein bisschen wo ich die informationen gebe eben wer ja aktuell heute am 24. nehm auch hin und zwar Grüße gehen raus an den lieben an den lieben Manfred Kögel Manfred ich wünsche dir eine Grazer in der Vorrunde drück dir die Daumen weil im Moment ist Graz bei der Vorrunde in Österreich Tabellenführer sagt man das so Manfred ich weiß nicht aber jetzt packt es schon das sind das sind die Playoffs und da drücke ich dann auch die Daumen weil ich bin ein fairer Spotsmann ich bin ein fairer Spotsfreund und äh der beste sollte gewinnen und ich hab das hergeschrieben wenn Graz Meister wird in der Ebel mit NHL 2020 wenn ich nur YouTube mache wird es dann die Saison mit den Grazer geben Jawoll Rock macht das Tor zielt und schießt unser Schaufschütze es ist wirklich es ist ganz anders spielen gegen einen Computer als wir gegen einen reellen Menschen wir gegen den Erik also das ist wirklich ein Unterschied dauerlacht einer so Tobi auch noch mehr Aufangriff der wird sein Schwier da wird sein Schwier da er ist gut drauf hat er gesagt er ist heiß zum Tore schießen aber er na Danny Schott ich meine ich du schaffst nur ein Shootout im ersten Spiel das ist ein spiel ist nervös ich war ja geplant ist warum das microtrainer so lange dass der spiel hier nur was zu sagen dass aus manager wirkt er den nicht in der AHL spülen so badora auf blattmann wir haben wieder ein bisschen mehr reingekommen in unser gewohntes spiel so oh lightning quick and a terrific save oh the goalie was screened on that shot you got to rely on your positioning to make that save pass to the slot start to break out back so 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 oh so 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 33 Sekunden. Es wird schwierig werden, dass er nur einen hat-trick schafft. Da müssen wir die gegnerische Mannschaft noch mal einen Torwart wegnehmen. Da holt es uns mal gleich aufs Eis. So, Blattmann. Angel ist schon mal ein Wirt, wick sie vor das Tor. Jawohl, Danny aus den Birken feiert mit uns. Das war Jürgen von meinem Bruder. Und da holt sie. Genau, das letzte Tor vor ihm. Hier, unser Checker, was ausschlippt. Ha, geil, ich bin. Ja, schon, ich hätte ein bisschen mehr Gegenwehr, ein bisschen mehr Gegenwehr, gehofft von der, äh, 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 äh. Ja, wie gesagt, ich hätte mich, wir haben ja die Einstellung ein bisschen schwerer aufgetragen. Ich probiere es, dies noch ein bisschen eben fortzuführen. Wenn es mir leicht wird, dann kann man ein bisschen wie du gleichen. Aber es kennt ja das Spiel bei mir. Aber wir werden da schon auf schwierigen Mannschaften treffen, als wir auf die New Jersey Devils. Schauen wir mal, spulen wir mal vor, schauen ob etwas Interessantes passiert für den nächsten Spieltag. Nein, da ist nichts Interessantes passiert. Der Holzer ist immer noch, äh, Top Starger. Und wir sind immer noch Erster. Haben jetzt zwar ein ganz netter Futter, sie haben über 11 Punkte, haben 11 Punkte Vorsprung. Und auf Pittsburgh, die Pittsburgher Pinguins brauchen in der ganzen Liga nur auf uns 6 Punkte, 7 Punkte, dass es uns überholt. Na gut, meine Sportsfreunde, ich hoffe, Eng hat, äh, dieser 38. Spieltag gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Natürlich auch. Wer will, kann ich gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, sodass er nichts mehr Neues versäumt. Aber jetzt kennst du es alles, es ist alles eine freiwillige Sache, es ist alles kein Muss bei mir. Und bis zum nächsten Spieltag wünsche ich noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen. Liebe Sportsfreundin, lieber Sportsfreund, je nachdem, was du das Video da draußen siehst, vergesst mein Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, Rivalität im Stadion ist gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch, ein wahrer Sportsfreund oder eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch mit uns normal über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, meine lieben Sportsfreunde und drinnen, bleibt mir gewogen. Und vor allem, was viel, viel wichtiger ist, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus. auch Hawkman- um und hin gay מ kl